Juhu! Und da ja Erik sich so intensiv beschäftigt und unter anderem auch in der Partei, die ja am 24. September zur Wahl steht, möchte ich doch Erik bitten, da ein paar Sachen zu sagen. Wo wollen wir denn anfangen? Überhaupt, was das Grundeinkommen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt ist? Oder soll ich gleich sagen, warum ich so vehement dafür bin? Genau, also erstmal so grundsätzliche Erklärung, Grundeinkommen, was ist das, wofür soll es gut sein und warum ist es so vorteilhaft? Also das Grundeinkommen ist erstmal eine garantierte Leistung in unserem bisherigen monetären System in Form von Geld. Und diese Leistung soll in einer Höhe ausgezahlt werden, die die Existenz sichert und gleichzeitig die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt als bedingungslos machen. Das ist zum einen, dass jeder einen individuellen Rechtsanspruch darauf hat. Das bedeutet, dass es nicht auf eine Bedarfsgemeinschaft angerechnet wird, wie jetzt zum Beispiel bei Hartz IV. Dann, dass es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt, ebenso jetzt wie bei Hartz IV. Und, dass es zuletzt keinen Zwang zu einer Gegenleistung gibt. Also ich bin nicht gezwungen, irgendeinen Job zu machen, auf den ich vielleicht keine Lust habe, der mir nicht liegt, den ich nicht kann, ohne dass ich dadurch sanktioniert werde. Ich höre jetzt, während ich gesprochen habe, schon tausend Chatbeiträge. Wollen wir da erstmal einsteigen? Ja, das geht ja eigentlich schon in Richtung Fragen bzw. Skepsis bezüglich der Finanzierbarkeit. Wenn man auf das Grundeinkommen zu sprechen kommt, ist es ganz oben mit dabei. Um Gottes Willen, das kann man doch nicht finanzieren. Wie sieht denn da die Lage aus? Die Lage ist eigentlich so, dass es diverse Modelle gibt, die durchgerechnet worden sind und das auch nicht nur von irgendeinem Jürgen, der sich da mal für eine halbe Stunde abends herangesetzt hat, sondern es gibt richtig von, ich sage jetzt mal diesen berühmten Experten, die es immer heißt, durchgerechnete Modelle. Die sind auch alle auf diversen Internetseiten aufgeschlüsselt, die kann ich hier dann gerne auch nochmal posten und es macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt jemand von vornherein davon überzeugt ist, das ist nicht finanzierbar, dass ich jetzt hier sage, es ist finanzierbar und dann war es das. Also da muss sich jeder einfach selbst belesen. Es nützt nichts, ich kann nicht hier innerhalb von zehn Minuten, sage ich mal, irgendein Rechenmodell durchrechnen. Was ich machen kann, ist die entsprechenden Links hier bereitstellen und dann muss sich halt jeder die Zeit nehmen, wenn es ihn dann wirklich interessiert und das selbst nochmal nachlesen. Ja, du hast ja von drei Modellen gesprochen. Du könntest mal diese namentlich nennen, sodass die Leute auch gleich mal eine Möglichkeit haben, dem nachzugehen. Also die Namen habe ich nicht dazu. Ich würde dann gleich mal die Links raussuchen und dann gehen die Modelle eben nach verschiedenen Finanzierungsmethoden. Das eine ist eine negative Einkommenssteuer, das andere geht über die Mehrwertsteuer. Dann gibt es ein Mischmodell, also es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Und gemeinsam haben sie eben nur, dass es finanzierbar ist. Und das ist vielleicht auch ganz einleuchtend dadurch, wenn man, es gibt zum Beispiel einen Weg darüber heranzugehen, das hat Ralf Böse gemacht. Der geht in 200 Euro Schritten an das Grundeinkommen ran und erklärt dabei, wie leicht sich das eigentlich umsetzen lässt, weil wir im Prinzip jetzt auch schon ein Grundeinkommen haben. Jeder Bürger hat das in irgendeiner Art und Weise. Die, die arbeiten gehen, haben einen Steuerfreibetrag. Die, die nicht arbeiten gehen, haben Hartz IV und so weiter. Und wenn man da einfach nur die Bedingungen rausnimmt und das noch ein klein wenig umgestaltet, kommt man ganz schnell auf monatlich mindestens 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. Also 1050 Euro ist ja auch dieser Sockelbetrag, der als Minimum gilt, um über die Runden zu kommen. Genau, also man geht ja von der Armutsgrenze bzw. von der Pfändungsfreigrenze aus. Die liegt so knapp bei 1050 bis 1100 bis 1051, so ungefähr, was das Minimum. Also es kann natürlich auch gerne mehr sein. Es gibt auch Modelle, die gehen von 1600 Euro aus, dass sie locker finanzierbar wären. Also da ist halt, vielleicht jetzt nochmal um auf die Partei zu sprechen zu kommen, die sich da bisher kein festes Modell rausgesucht hat, wo sie sagt, das ist jetzt das eine Finanzierungsmodell, worauf wir pochen. Weil das würde ja bedeuten, dass sie alle anderen Modelle damit ausschließen. Und dafür sind wir halt einfach in der Gesellschaft auch nicht weit genug. Wir müssen erstmal dazu kommen, das Ganze im gesellschaftlichen Diskurs unterzubringen, vor Nachteile abzuwägen und dann zu prüfen, wie ist die beste und sinnvollste Methode, um das zu finanzieren. Und wenn ich das so richtig mitbekommen habe, die BGE-Partei hat sich eigentlich nicht originell deswegen gegründet, um eben das BGE als solches einzuführen, sondern um eben es in die politische Diskussion überhaupt erstmal reinzukriegen. Genau, also es gab, als wir die Partei gegründet haben, noch einen Großteil der Bevölkerung, der das BGE noch nicht mehr gehört hat. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen gewandelt. Aber wie du sagst, ist erstmal das Hauptanliegen überhaupt erstmal das BGE bekannt zu machen und dann im nächsten Schritt dann vielleicht irgendwie zur Umsetzung zu kommen. Und vielleicht auch nochmal zur Parteigründung. Also das ist an sich eine Partei wider Willen. Also es geht eher darum, dadurch, dass wir in Deutschland keine bundesweite Volksabstimmung haben können, war das die ursprüngliche Idee der Initiatoren, dass wir einen System-Hack machen und die Volksabstimmung indirekt über die Zweitstimme bei der Bundestagswahl haben. Deswegen tritt die Partei nur mit der Zweitstimme an und will eben erstmal nur das Thema voranbringen, ohne jetzt selbst den typischen Parteiapparat aufzubauen. Also es ist auch keine Mitgliederpartei. Wir haben jetzt momentan knapp 270 Mitglieder und das muss auch nicht mehr weiter wachsen, sondern es war einfach nur das Ziel, dieses Schiff zum Segeln zu bringen. Und das hat ja funktioniert. Wir sind jetzt bundesweit wählbar und jetzt braucht es eigentlich nur noch aktive Menschen, die unterstützen und mitmachen und keine Parteimitglieder in dem Sinne sind. Okay. Wie ist denn die Einschätzung, da möchte ich jetzt eigentlich von den anderen auch gerne mal so eine Meinung hören, so die Wahrnehmung eines Grundeinkommens in dem jeweiligen Umfeld, in dem wir uns aufhalten? Grundsätzlich höre ich immer, dass es positiv aufgenommen wird, wobei ich ja eher der Skeptiker bin. Mich würde auch mal interessieren, also was die Zielsetzung jetzt wirklich ist, gerade von der Partei, die das bedingungslose Grundeinkommen dort durchsetzen wollen. Also worum geht es eigentlich wirklich? Was steckt dahinter? Wohin soll der Hase sozusagen lauten? Das würde mich mal interessieren. Der Hase läuft dahin, zur Bundestagswahl so viel wie möglich Stimmen zu bekommen. Und wir haben ursprünglich davon gesprochen, dass wir bei zwei, beziehungsweise sogar ein Prozent schon eine Riesensause machen, weil das schon ein wahnsinns Erfolg wäre für eine neue Partei, die sich innerhalb von einem Dreivierteljahr da zusammengezahlt hat. Manche reden jetzt sogar schon davon, dass wir auf fünf Prozent kommen. Aber was unser Ziel damit eigentlich ist, ist nicht unbedingt in den Bundestag einzuziehen, sondern so viel Prozente zu bekommen, dass die großen Parteien Angst bekommen und das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, also nicht irgendein Grundeinkommen, es gibt ja auch die neoliberalen Varianten, die auf keinen Fall umgesetzt werden dürfen, dass die großen Parteien das mit in ihr Programm aufnehmen und dann selber umsetzen. Also wir wollen eigentlich nur die Treiber sein und die anderen sollen es voranbringen. Also die Frage ist nicht beantwortet. Also welches Ziel wird verfolgt? Es kann ja nicht um Punkte gehen oder um Prozentpunkte der Wahl oder es kann auch nicht darum gehen, dass andere das dann übernehmen, sondern es geht ja darum, was will man erreichen damit. Also Andreas meint wirklich, was steckt hinter dem Grundeinkommen, nicht jetzt hinter eurer Parteigründung? Dann verstehe ich die Frage nicht. Hinter dem Grundeinkommen steckt das bedingungslose Grundeinkommen, was ich vorhin definiert habe. Das soll eingeführt werden. Sie meint die Auswirkungen, die dieses Grundeinkommen bringen soll, anstatt zum Beispiel dem bisherigen jetzigen System oder vielleicht irgendeines anderen Systems. Habe ich das richtig verstanden? Ja, man könnte vielleicht auch noch fragen, warum ausgerechnet ein Grundeinkommen und nicht, was weiß ich, eine sanktionslose Mindestsicherung? Oder Kindergeld von 1000 Euro pro Kind oder sowas? Das hat diverse Gründe. Man kann natürlich auch, bin ich auch nicht abgeneigt von, sagen, ich mache Hartz IV bedingungslos, ich führe ein Kindergeld ein, was ausgezahlt wird an jedes Kind. Das ist dann letztendlich aber nur ein anderer Begriff dafür, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es macht es möglicherweise nur kompliziert, weil mit einem bedingungslosen Grundeinkommen habe ich alle Zahlungen abgegolten. Also ich brauche kein BAföG mehr, ich brauche kein Hartz IV mehr, ich brauche kein Kindergeld mehr. Das heißt, ich kann mir auch ein riesen Verwaltungsapparat sparen. Ich mache es nochmal ganz konkret. Welche politischen Ziele verfolgt man mit dem Grundeinkommen? Menschen die Freiheit zu schenken, die Freiheit Nein sagen zu können, deinen Job auszuwählen nach dem, was dir beliebt, vielleicht auch nicht in eine typische Erwerbsarbeit zu kommen, sondern sich zum Beispiel für das Zeitgästenmovement zu engagieren, einfach Zeit haben für ehrenamtliches Engagement oder was auch immer dir für richtig erachtet, mit deinem Leben anzufangen. Gut, das ist erst mal schon eine Aussage, mit der man arbeiten kann. Da gibt es einen schönen Spruch von der Bundesvorsitzenden, die hat gesagt, ein sicheres Netz einzuspannen. Wir hatten am letzten Wochenende ein Event in Berlin und da gab es Slackliner und die hatten halt so ein Netz drunter gespannt, da stand BGE drunter und das hat das schön versinnbildlicht, finde ich. Meine Frage jetzt dahingehend nochmal weiterführend, was hat das bedingungslose Grundeinkommen für Vorteile gegenüber jetzt anderen Systemen, die vielleicht, also gerade in TZM eine große Rolle spielen? Also warum sollte man jetzt das bedingungslose Grundeinkommen eher verfolgen als die Ziele im TZM? Weil ich der Meinung bin, dass sich hier einiges beißt, also dass sich bedingungsloses Grundeinkommen nicht unbedingt mit den Zielen von TZM in Einklang zu bringen versteht. Also ich glaube, dass das nicht funktioniert. Den Punkt habe ich auch schon als Kritik gehört, kann ich aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich die Ziele vom TZM nach wie vor überall zum Grundeinkommen stelle. Die Frage ist jedoch, wie komme ich dahin? Und für mich ist das Grundeinkommen einfach ein Riesenschritt, egal für welche Initiative, ob das Open Source Ecology ist, ob das Foodsharing ist, überall ist halt dasselbe Problem, dass es an menschlichen Ressourcen, an Zeit und an Geld mangelt. Und für mich ist das Grundeinkommen einfach ein Werkzeug, um das freizusetzen und sozusagen Kreativität und menschliche Ressourcen verfügbar zu machen und freizusetzen. Also ich wüsste auch kein, vielleicht hast du ja ein alternatives System, noch was man anwenden könnte, aber im Moment wüsste ich halt kein Besseres. Ist natürlich auch nicht die Nonplusultra-Lösung und auch nicht die Lösung für alle Probleme, die wir haben. Also da muss viel ringsherum passieren. Aber im Moment sehe ich nichts Besseres. Also grundsätzlich denke ich, dass du die eine Seite sehr gut beleuchtest. Also das ist richtig, das könnte durchaus sein, dass es eben mehr Zeit freisetzt. Aber du vergisst auf der anderen Seite wahrscheinlich, dass bedingungslose Grundeinkommen auch bestimmte ökonomische Prozesse auslöst. Und diese Prozesse, die dort ausgelöst werden, führen meiner Ansicht nach nicht dazu, die ressourcenbasierte Wirtschaft dort also zu bevorzugen. Ich gehe davon aus, dass der Teil, der jetzt sehr wenig hat und dann mehr hat, auch mehr konsumiert. Und dass auch die Verteilung aufgrund dessen, dass die Leute, die jetzt wenig haben und dann mehr konsumieren, letztendlich dann das Geld wieder auf diese Seite fließt, wo es dann sowieso schon hockt, also wo es sowieso schon ist. Und ich glaube, diese ökonomische Seite, die wird hier einfach zu wenig gesehen. Und da wird einfach nicht darauf reagiert, dass das auch negative Auswirkungen haben könnte. Und dass man dem dann vielleicht auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise entgegentreten müsste. Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt. Also ich denke, eine Seite gut, ja, stimmt. Ich sehe viele Vorteile. Also ich bin da völlig bei dir, Erik. Aber ich sehe eben auch Sachen, die jetzt nicht angesprochen werden oder irgendwie weggedrückt werden. Also ich drücke mich da vor gar nichts. Ich bin auch gerne mal offen für Kritik. Also ich gehe da auch gerne auf alles ein. Lass mich da auch gerne widerlegen, wenn das nicht stimmen sollte. Also zum Konsum kann ich zum Beispiel sagen, dass wenn ich jetzt von einer Hartz-IV-Familie ausgehe, die ihre 700 Euro zusammen im Monat haben oder wie viel es gerade sind und die dann danach 1000 Euro haben, die werden zum einen keine riesengroße Konsumsprünge machen und zum anderen, wenn sie die machen, bin ich da sogar sehr froh drüber, weil die im Moment verunterkonsumiert sind, wenn man das so ausdrücken will. Denn mit dem Geld, was sie im Moment haben, glaube ich kaum, dass sie darauf achten, ob der nächste Kühlschrank, weiß nicht, A plus im Energieverbrauch ist oder ob das teure Obst regional hergestellt ist und lokal bezogen ist und bio ist und so weiter. Also ich denke, die haben es bitter nötig, dass sie mehr Geld zum Konsumieren haben. Und zweitens zur Verteilung kann man ganz einfach sagen, dass das durch die Einführung des BGEs, habe ich ja vorhin gesagt, wird so ein Netz eingezogen. Das heißt, jeder hat einen Mindestbetrag, der ihm zur Verfügung steht jeden Monat. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das kommt nicht dadurch, dass man einfach die Geldmenge erhöht, sondern es passiert durch eine Umverteilung. Und das heißt, dass das Geld oben abgegraben werden muss und wieder unten zugeführt werden muss. Bisher ist der Geld plus Janus um, das wissen wir alle. Das Geld fließt von unten nach oben zu den Wegen, die es haben und durch das BGE wird das einfach umgedreht. Und das bedeutet, das Geld kann von sich aus alleine nicht einfach wieder zu den fließen, die jetzt schon genug haben. Das wird durch das BGE einfach verhindert. Ja, also mag sein. Ich bin nur trotz alledem noch nicht davon überzeugt, die Konsumtion, also die, die jetzt Geld haben, die konsumieren nicht so, wie die, die kein Geld haben. Also die konsumieren anders. Also die konsumieren Luxusgüter und was weiß ich was. Luxusabgabe wird ja das dann eingeschränkt. Aber die Massenkonsumtion, die dehnt sich aus. Also ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass einer, der jetzt wirklich unverkonsumiert, dann nicht das ganze Geld wirklich für die Konsumtion benutzt. Und jetzt denken wir das einfach mal den Schritt weiter. Wir sprechen jetzt vielleicht nur von Deutschland. Aber können wir das nur für Deutschland annehmen? Oder sollten wir dann wirklich daran denken, dass es ein globales Problem ist und dass wir das ja auch global umsetzen müssen? Und dann kommen wir schon an eine Grenze, wo ich denke, halt, das kann nicht das Ziel sein, dass wir eine Massenkonsumtion auslösen, die uns eigentlich schneller vernichtet, als wir sowieso schon jetzt auf dem Wege sind. Also das sehe ich wirklich sehr, sehr negativ. Ja, den Punkt hatten wir auch schon mal so halbwegs besprochen. Es läuft ja letztendlich wieder auf das berühmte Henne-Ei-Problem hinaus. Ich nehme mal wieder die typische Familie. Der Mann geht 40 Stunden arbeiten, hat seine zwei Kinder zu Hause, hat vielleicht noch ein Hobby und ist froh, wenn er dann abends mal seine Ruhe hat und seinen Fernseher gekauft hat und am Wochenende den Fernseher gucken kann. Jetzt sagen wir vom TZM, ja, den müsste man ja eigentlich mal ein bisschen aufschlauen, damit er merkt, was seine Handlungen für Konsequenzen haben. Der hat den Schädel aber vielleicht schon so voll, dass er gar keine Lust und Zeit hat dafür, sich sowas anzutun, was wir hier machen. Und könnte, ich sage mal könnte, du hast jetzt halt so ein bisschen das Bild, die konsumieren alle mehr, ich habe halt so ein bisschen das Bild, die Leute hätten dann mal Zeit dafür, sich über gewisse Dinge Gedanken erst mal zu machen, sich zu informieren und zu gucken, was es überhaupt für Alternativen gibt. Aber passiert das wirklich mit einem, der unterkonsumiert, also der bisher unterkonsumiert, passiert das wirklich, dass der dann auf einmal in die Bildung einsteigt? Das kannst du so nicht voraussagen. Also ich kann vielleicht als Beispiel unser Bodenplakat nehmen, mit dem ich immer unterwegs bin. Da steht drauf, was würden sie tun, wenn für ihr Einkommen gesorgt wäre. Dann gibt es zehn Antwortmöglichkeiten, zum Beispiel mich weiterbilden, meinen Job machen wie bisher, nur besser, mich in die Hängematte legen und so weiter. Da gibt es ganz viele Antwortmöglichkeiten, mich politisch engagieren, mich selbstständig machen. Und das Bild ist eigentlich fast jedes Mal gleich, egal wo ich auftauche, egal bei welcher Zielgruppe, das ist immer so eine ungefähre Gleichverteilung. Oft überwiegt der Teil, dass sie denselben Job machen wie bisher, nur ein bisschen besser. Aber es sind wirklich alle Antworten vertreten, von weiterbilden bis selbstständig machen und so weiter und so fort. Also es gibt nicht den Großteil an Menschen, die ihre schlechten Eigenschaften verstärken würden, nur weil sie mehr Geld zur Verfügung haben. Also ich kann mal ein gutes Beispiel bringen. Ich hatte mal den Zeitraum, da war ich arbeitslos, dann war ich Hartz-IV-Empfänger oder früher noch arbeitslos und dann war ich zwei Empfänger. Du genießt am Anfang, wenn du keinen Job hast, dann bist du erst mal faul, weil dann kommt erst mal der ganze Stress raus, den du die ganzen Jahre vorher hattest. Das kommt erst mal raus. Du bist faul, du machst nichts, du keine Ahnung was, was auch immer halt. Aber irgendwann kommt der Punkt, früher, bei den anderen späteren, da sagst du dir, hey cool, aber ich habe doch jetzt Möglichkeiten. Die hast du nicht, wenn du kein Geld hast, hast du keine Möglichkeiten, um zum Beispiel ein Studium anzufangen. Teilweise hast du, wenn du das Geld nicht hast und hast Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel bist du, hast du keine Möglichkeiten, vielleicht irgendwo hinzureisen und dir zum Beispiel alleine schon innerhalb von Deutschland hinzureisen, um es mal so zu sagen hinzureisen und irgendwelche Jobangebote wahrzunehmen oder überhaupt mal reinzuschnuppern in bestimmte Jobs. Weil du hast immer im Hinterkopf, ich muss meine Miete zahlen, kann ich mir dieses Praktikum überhaupt leisten, kriege ich dann vielleicht weniger Geld. Das hängt alles im Hinterkopf und wird so durchdacht, dass dein eigenes Potenzial, das was du eigentlich hast, überhaupt nicht rauskommt. Das heißt, Leute sind vielleicht am Anfang faul, aber nur weil sie Ewigkeiten über Jahre lang übergearbeitet haben und in Urlauben kannst du nicht wirklich ausspannen, wenn du zwei Wochen Urlaub hast, ist das eher Stress, egal ob alleine oder mit einer vierköpfigen Familie. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dann sagst du, jetzt will ich aber was machen und ich will entweder in meinem alten Job vielleicht weitermachen, was mit dem Geld kein Problem mehr, weil es würden weniger einfach gearbeitet werden in dem Bereich von deiner Seite und eine andere Person ist auch drin, weil das Grundeinkommen ist gesichert, das Bedingungslose. Das heißt, du hast viel mehr Zeit und hast viel mehr Muse auch für andere Sachen, nimmst die wahr und das heißt nicht, dass du überhaupt jetzt gar nichts mehr tust auf Dauer. Also das ist, glaube ich, eine Utopie, die in vielen Köpfen herrscht, dass man einfach sich dann hinsetzt und man sagt sich, ich brauche jetzt gar nichts mehr, mach mein Leben lang. Irgendwann kommt dieser Punkt bei den einen früher, bei den anderen später, wenn die mal angefangen haben, wirklich entspannt zu sein. Ich habe ja gesagt, also diese Seite kann durchaus sein, mehr Zeit und so weiter, das ist alles klar. Ich denke auch, dass es Leute gibt, die sich dann bilden. Aber die Gefahr liegt schon hier wieder, wir verändern eigentlich nichts am System und wir verändern eigentlich auch nichts am Individualismus und wir verändern auch nichts an den Besitzverhältnissen an sich. Also ich meine jetzt nicht, dass vielleicht eine Umverteilung stattfindet, aber der Besitz selber, da wird nicht angegriffen, ganz im Gegenteil. Es werden die Leute jetzt auch noch in die Versuchung geschickt, dort mehr zu haben als vorher und die Besitzverhältnisse selber sozusagen, die werden eben nicht angetastet. Und deshalb, also ich bin wirklich vorsichtig, bei der politischen Zielsetzung dieser Maßnahme sehe ich nicht, dass das System irgendwo auf irgendeine Art und Weise angegriffen wird. Ganz im Gegenteil, ich meine sogar, dass das System vielleicht sogar gefestigt wird dadurch. Also bedingt stimme ich dazu, aber nicht im Sinne von, die Reichen werden reicher und die Armen bleiben arm oder knüpfen an die Reichen an und versuchen reicher zu werden dadurch, weil die Reichen werden mit höheren Steuern belegt. Das habe ich ja gerade in diesem Satz eben von dieser Website von Erich, was er da geschickt hatte, habe ich ja mal rauskopiert. Das heißt, wenn du für ein Auto, ich sage jetzt mal böse, 10% zahlst an Steuern, dann zahlt der 50 oder 60%. Das macht sich in seinen Geldbeutel und der seiner Familie, weil man will ja seiner Familie immer was Gutes tun. Auf jeden Fall bemerkbar, wie bei dir auch. Du brauchst vielleicht länger, um an den Punkt erstmal zu kommen, dass du einen Haufen Geld zusammenkriegst, um was weiß ich nicht immer holen. Aber du denkst ja sowieso schon bewusster drüber nach, weil du hast ja sowieso mit weniger auskommen müssen. Die Reichen werden mehr besteuert. Das heißt, die zahlen für alles Mögliche mehr Geld. Also von daher senkt sich das auch automatisch. Und von daher sehe ich das Problem jetzt nicht. Das System an sich wird sich nicht so schnell sowieso nicht ändern. Und wir werden nicht von heute auf morgen die ressourcenbasierte Wirtschaft einführen. Das wirst du auch weltweit nicht schaffen. Ich finde es einen interessanteren Schritt, aber der Schritt wurde bis jetzt auch so noch nie gemacht. Also können wir natürlich viele Einwände haben, aber mitkriegen werden wir es nur in der Umsetzung. Oder es bleibt alles so, wie es jetzt ist. Also ich habe das Finanzierungsmodell, habe ich mir angeschaut. Ich habe das auch gesehen, diese Einkommenssteuerfinanzierung, beziehungsweise diese Steuerfinanzierung. Ist mir alles klar. Ich habe auch gesehen, deshalb habe ich das vorhin angesprochen, dass Umverteilung stattfinden soll. Ist mir auch alles klar. Nur, also ich muss nochmal sagen, mir ist das politische Ziel, ist mir immer noch nicht klar, wo die Verbesserung liegen soll, wenn es uns jetzt vielleicht als Deutsche dann gleichmäßig gut geht, besser geht, aber die Welt trotzdem noch im Elend steckt. Und wir haben einen globalen Kapitalismus. Und das vergessen wir irgendwie immer wieder, dass wir nicht nur an uns denken müssen, sondern auch an den Rest dieser Welt. Also ich habe jetzt auch der Diskussion eine Weile gelauscht. Ich kann beide Argumentationsebenen extrem verstehen. Also sprich, Andreas, ich kann deine Argumentation verstehen und ich unterstütze sie auch. Sprich, das BGE wird die ökonomischen Rahmenbedingungen an sich erst mal nicht ändern. Und im Übergeordneten ist unsere Hauptherausforderung hier, dass wir innerhalb eines komplett unlogischen Systems, also unserer Wirtschaft, die quasi einen Grundfehler aufweist, versuchen innerhalb dieser Box sozusagen eine Lösung jetzt zu finden für ein Dilemma, was aufgrund des Denkens innerhalb der Box überhaupt erst existiert. Also sprich, die ganze Argumentation, weshalb man ein BGE einführen muss, zwangsläufig, um eben beispielsweise den biopsychosozialen Druck einfach zu mindern, den allgemeinen Stress, dem die Gesellschaft ausgesetzt ist, der wiederum die öffentliche Gesundheit drückt und so weiter. Also die Argumentation wiederum für die Einführung eines Grundeinkommens, aufgrund der Fehler, die wiederum dieses fehlerhafte Wirtschaftssystem erzeugt hat, ist auch wiederum völlig legitim und nachvollziehbar. Und ganz ehrlich, es würde eine gewisse Form von Stress mindern. Es ist super wichtig, hier auch auf das Potenzial der Menschen sozusagen zu setzen und auch diese Studien wirklich in der Praxis mal umzusetzen, dass Leute, sobald ihre Grundversorgung gedeckt ist, nun mal nicht einfach nur fall auf der Haut liegen werden, wie das eben die allgemeine gesellschaftliche Annahme ist. Und was wiederum auch nur ein Zeichen unserer Kultur ist, dass jeder glaubt, also unserer wettbewerbsorientierten Kultur, dass jeder glaubt, dass er selbst das Zentrum des Universums ist und alle anderen sind irgendwie blöd. Und so gehen wir ständig an diese Themen heran, dass man immer denkt, das macht ja der Erik mit seinem Schild, wo er da rumrennt, dass man immer wieder dann feststellen kann, sobald man die Leute fragt, würdest du denn Grundeinkommen befürworten oder was wäre, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen da wäre, würdest du das gut finden? Und Leute sagen, wenn man sie so fragt, nö, würde ich nicht gut finden, weil da wird ja der belohnt, der nichts macht. Also dieses Herzensgrund-Uhr-Gefühl nach Gerechtigkeit, nach mehr Gleichheit, was wir als Menschen innehaben sozusagen und schon als Kinder sozusagen pflegen, das Streben nach mehr Gerechtigkeit und Gleichheit, das wird dort angesprochen, dieses Gefühl, dieses Grundgefühl. Und es wird als ungerecht empfunden, sobald Leute, die nichts arbeiten, sobald man Leute fragt, die einen Job haben und die was machen und Geld dafür bekommen und wenn man die auf so ein Thema anspricht, ist ja logisch, dass die dann auch sagen, nee, da bin ich nicht dafür, dass jemand, der nicht arbeitet, dann eben auch Geld bekommt. Also die unterstützen automatisch aufgrund der jetzigen ökonomischen Struktur so eine Art Sozialdarwinismus, wo es dann eben als gerecht empfunden wird, dass derjenige stirbt, der eben nicht arbeitet. Punkt. Das ist eigentlich diese typische neokonservative Ansicht über Menschen, dass es eben so sein muss. Naturgesetz, Recht ist stärkerin und das muss alles so sein, das dürfen wir nicht hinterfragen. Wohingegen wiederum das Potenzial, was freigeschaufelt werden kann bei den Menschen, sobald sie einmal ihre Grundbedürfnisse abgedeckt sehen, einfach wie gesagt weniger Stress haben. Dieses Potenzial, das gute Gefühl, was man hat wiederum, wenn man nach etwas strebt, wenn man für ein Thema brennt, was einem Spaß macht, wenn man einfach die Neugier hat, diesen gewissen Wissenstrang nach bestimmten Dingen, die einem wirklich interessieren und weil man einfach mal die Zeit und die Muße endlich hat, motiviert zu sein, passioniert für eine Sache zu brennen, das geht im Endeffekt auf dieses Weltbild ein, was Einstein auch mit seinem Spruch promotet hat, wo er gesagt hat, der Wert eines Menschen, in Klammern, wenn es denn sowas überhaupt gibt, Klammern zu, ist in direkter Weise davon abhängig, inwiefern sein Denken, Fühlen und Handeln auf die Belange der Gesellschaft ausgerichtet sind. Also sprich, die Grundthese ist hier, dass Menschen, sofern sie ihre Grundbedürfnisse abgedeckt sehen, auch eine automatische Entwicklung hinvollziehen, selbstloser zu agieren, eher für die Gesellschaft da zu sein. Und es ist auch faszinierend, wenn man dann die Leute fragt, okay, wenn für dein Einkommen jetzt gesorgt wäre, würdest du dann immer noch etwas Positives oder was Kreatives oder was Produktives für die Gesellschaft tun. Und das ist genau diese Gegenfrage dann immer an dieselben Leute, die vorher gesagt haben, nee, Grundeinkommen ist scheiße, will ich nicht, war ja ungerecht, dass die dann sagen, ja klar würde ich das dann tun. Und das ist immer sehr seltsam, dass man einerseits immer da ausgeht, dass alle anderen extrem faul sind, aber man selbst würde ja was Positives und Kreatives für die Gesellschaft tun. Und genau dieser Konflikt entsteht hier, dass wir einerseits diesen typischen inneren Drang als soziale Wesen haben, dass es uns eigentlich gut gehen sollte, dass wir unser Potenzial befreien. Auf der anderen Seite haben wir wie gesagt diese ökonomischen Rahmenbedingungen, die einfach völlig unlogisch sind, die auf Selbstsucht basieren, auf Ego und wo es dann einfach ungerecht empfunden wird, dass es allen gleich gut geht oder dass alle gleich behandelt werden. Und deswegen, wie gesagt, einerseits legitime Punkte beim Erik und ich hoffe, das konnte ich aufzeigen und auch legitime Punkte beim Andreas, der sagt, solange es die Eigentumsfrage in der übergeordneten ökonomischen Sphäre nicht ändert, solange das Incentive-Modell an sich die Grundfrage der Incentivierung, sprich, die Grundfrage wie bei einem Ferengi, wie kann ich den meisten Profit rausholen? Das ist ja die Grundfrage, die in der jetzigen ökonomischen Sphäre sozusagen im Vordergrund steht und nicht die Frage, wie beim ressourcenbasierten Wirtschaftsdenken, hat es einen negativen Effekt auf meine Mitmenschen oder hat es einen negativen Effekt auf meine Umwelt? Also eine ganz andere Herangehensweise. Und jetzt muss man aber versuchen, dieses neue Denken, sozusagen Versuche, in die alte Gleichung reinzupressen und natürlich führt das zum Konflikt, das ist eine riesen Herausforderung. Also die Grundintention vom bedingungslosen Grundeinkommen ist meines Erachtens richtig und jeder Versuch sollte nicht unterbunden werden. Man sollte es zumindest in Modellen probieren, so wie man die Legalisierung von Hanf, was weiß ich, oder den Straßenverkauf von Gras in Holland auch sozusagen, also man soll Modellversuche fahren und da kann man hoffentlich wissenschaftlich aufzeigen, dass es in gewisser Form etwas bringt oder auch nicht. Das Problem besteht heutzutage nur, dass man nicht diese Modellversuche fahren kann, weil wir auch mit den Ländern innerhalb einer globalen gleichen ökonomischen Gleichung uns befinden und sprich ein Land, was wiederum wie eine wirtschaftliche Einheit fungiert, quasi wie ein Unternehmen als ein Player sozusagen auf dem Weltmarkt, wenn das dann sagt, ich habe ganz viele Ausgaben für meine Mitmenschen oder für meine Bürger, die ich zu betreuen habe und damit es denen richtig gut geht, das ist im übergeordneten Kontext auch nicht mehr wettbewerbsfähig, weil es einfach zu sozialistisch ist, zu human, das lohnt sich einfach nicht. Also die ökonomische Gleichung heißt ja dann auch, ich kann ja nicht auch als Unternehmer mein ganzes Geld und meinen ganzen Gewinn in meine Mitarbeiter stecken. Ich muss entweder was in die Infrastruktur an sich stecken, damit meine Institution weiterläuft oder ich sack mir die Gewinne ein. Aber ich werde nicht alles, was ich habe, in die Gesundheit meiner Mitarbeiter stecken. Da rechnet sich das ja auch nicht. Also zu sozial zu sein und zu viel für seine Mitmenschen zu tun ist eben nicht rentabel und profitabel und das meine ich mit diesem Incentive-Motiv, was sich übergeordnet nicht ändert und was es aber dann auch so schwer macht, dass das bedingungslose Grundeim überhaupt erstmal eine Chance hat. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn ergeben, dass ich hier Vor- und Nachteile erläutert habe. Nun weiß ich aber, Frängi, dass es ja schon Versuche gab. Es gab wohl in Namibia schon Versuche und sofern ich weiß, wohl auch in Skandinavien Versuche dazu. Und ich weiß nur nicht, welche Erfahrungen dort gemacht worden sind. Also ich habe keine Ahnung, warum das dann nicht umgesetzt worden ist. Weiß von euch da jemand was? Es gibt kein wirkliches Projekt in dem Sinne, zum einen, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist und zum anderen, dass es flächendeckend und somit repräsentativ angewendet wurde. Also in Namibia hat das eine kleine Gruppe bekommen. In Finnland sind das 560 Euro, die zum Leben und zum Sterben nicht reichen und auch nur für eine Gruppe von 2000 Arbeitslosen, also nicht repräsentativ, dann nicht für alle. Und in Kanada war das, glaube ich, nur ein Ort und da soll es dann irgendwie sehr erfolgreich gewesen sein und dann hat man es verbuddelt und nie wieder ausgegraben. Also ich hatte es nur von Namibia gehört, das war aber auch nur ein Pilotprojekt. Ich habe halt nur ein übergeordnetes Problem, wenn das Modell bedingungsloses Grundeinkommen mit seinen positiven Absichten durch einen Staat vorangetrieben wird, der auch wiederum nur ein weiterer Player sozusagen auf diesem internationalen Markt ist. Also sprich, egal ob wir jetzt von Staaten sprechen oder von Unternehmen, früher war das mal getrennt, aber der Staat an sich ist ja im Wesentlichen auch eine eigene Firma mit einer eigenen ökonomischen Gleichung. Die agieren genauso mit Schulden und wollen genauso Gewinne erwirtschaften, haben Steuereinnahmen und wiederum als Institutionen müssen sie sich aufrechterhalten. Also sprich, der Staat an sich, der wiederum dafür sorgen soll eigentlich, dass das bedingungslose Grundeinkommen durchkommt, hat wahrscheinlich übergeordnet auch wiederum Leute, Vertreter, die dann sagen, hey, das würde so nicht funktionieren. Also das ergibt keinen Sinn, weil wir machen dann weniger Profite insgesamt als staatliche Institutionen. Ergibt das irgendwie Sinn? Oder sehe ich das irgendwie falsch, Erik? Weil genau das ist halt mein Dilemma, dass ich halt mir auch denke, obgleich die Versuche wahrscheinlich auch positiv sind, mitunter wahrscheinlich sogar auch zu Erfolg führen, werden sie trotzdem von anderen Staaten nicht angenommen und es ist so eine Art Scheinlösung oder es wird nur als Scheinlösung, als Modell hochgehalten. Und so wie man auch in den letzten zehn Jahren jetzt nachweisen kann eigentlich, dass die Straßenkriminalität durch die Legalisierung von weichen Drogen in Holland beispielsweise extrem abgenommen hat, scheint dieses Modell nicht auf andere Länder überzuschlappen. Und das meine ich, dass es wahrscheinlich auch gar nicht von Interesse ist. Man könnte ja die Institution der Polizei sich dann wegeleminieren, wenn wir auf einmal weniger Kriminalität haben, Beschaffungskriminalität und solche Sachen. Also ich will damit sagen, solange das System ineffizient sich von, Entschuldigung, das System übergeordnet oder die Ökonomie sich von Ineffizienz ernährt, mögen solche Versuche, auch wenn sie positiv ausgehen, trotzdem nicht immer sozusagen überall eingeführt werden. Ergibt das Sinn? Ergibt Sinn. Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Zwei Punkte dazu. Zum einen, gerade weil sich eben niemand in der Politik darum kümmert, gibt es ja jetzt auch die Partei, um das eben auch ins Parlament zu tragen. Und zum anderen gehe ich davon aus, dass wir früh oder später gar nicht drum herum kommen um ein Grundeinkommen. Und die Frage ist dann eben nur, wenn es irgendwann soweit ist, dass es sein muss, weil uns die Maschinen alle arbeitslos gemacht haben, was führen wir dann für ein Grundeinkommen ein? Wird das so ein Neoliberales, wo wir alle noch viel schlechter dastehen als jetzt? Oder wird das eins, das den Menschen zugutekommt? Und genau darum heißt es eben, sich jetzt zu engagieren, um das Ganze in die richtige Richtung zu lenken und nicht zu verhindern, dass wir ein Neoliberales bekommen. Richtig. Und ich sehe auch, obgleich ich natürlich auch gewisse Kritikpunkte habe und das genauso auch in Teilen so sehe, eben wie der Andreas es erläutert hat, bin ich für die Einführung des Ganzen. Aus dem Grunde, weil alles andere besser ist als die ganze Scheiße, die wir jetzt haben. Weil das, was wir jetzt haben, führt absolut definitiv zur Katastrophe. Und wie du es gesagt hast, richtig, die Tendenz der technologisch bedingten Arbeitslosigkeit ist ja auch unaufhaltsam. Das heißt, früher oder später kommen wir ohnehin an den Punkt, so wie wir halt generell auch an den Punkt kommen, nachhaltiger zu agieren, weil einfach der Earth Overshoot Day schon wieder da war, so nach dem Motto. Also es sind bestimmte Entwicklungen im Hintergrund, die laufen einfach und die machen dann einfach diese Einführung umso wahrscheinlicher. Und ja, und das ist auch mit einem extrem derber Grund, ich habe durch dich lernen dürfen, dass es wiederum beim Grundeinkommen mit seinen positiven Aspekten schon wieder die Teufelsversion davon gibt, nämlich diese neoliberale Version davon, die Milton Friedman unter anderem mitpromoted hat, wo ich dir auch noch einen Link zugesandt habe, Eric. Wie gesagt, es ist oberwichtig, dass wir uns da mit dieser Thematik konfrontieren, dass wir es von allen Seiten beleuchten, dass wir Vor- und Nachteile abwägen, dass wir schauen, wie wir selber uns sehen in dieser Rolle, ob wir vielleicht tendenziell auch erstmal so den notorischen Kritiker raushängen lassen oder ob wir es schaffen, auch über einen eigenen Schatten mal zu springen, ob gleich da ein paar Fehlerchen dabei sind, trotzdem zu sehen, okay, alles wird seine Kinderkrankheiten haben, ist gleich wegzuätzen, nur weil eventuell was nicht funktionieren könnte. Wie gesagt, was wir jetzt haben, ist der absolute Selbstmord aktuell, deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Nummer dann von anderen Parteien aufgegriffen werden wird und dass dann wahrscheinlich sozusagen die neoliberale Version sich dann durchsetzen wird. Aber wie gesagt, das ist alles keine Argumentation, es jetzt nicht zu probieren, mit der genau richtigen Aufklärung über das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist der Grund, weshalb ich diese Nummer unterstütze. Ergibt es Sinn? Ja, also ich habe es wie gesagt vorhin mal mit Kanada und Namibia aufgenommen, habe es mal im Internet gesucht, was sehr schnell geht, wenn man diese Versuchsreihe quasi sucht. Und wie gesagt, an Kanada lag es letztendlich nicht an der Stadt, das hat sehr gut funktioniert, aber Kanada als Land hatte eine Wirtschaftskrise, was nichts mit dem Grundeinkommen zu tun hatte, wohlgemerkt. Und deshalb wurde das auf Eis gelegt und die Resultate sind ja im Nachhinein kundgetan worden. Also Möglichkeit besteht, dass es funktionieren kann. Es müssen sich die Leute bloß quasi diese alten Sachen nehmen, nachgucken, wie was wo und dann dürfte das auch kein Problem sein, das umzusetzen. Aber das nur in einer Stadt, statt in einem kompletten Land umzusetzen, das wurde damals in Kanada halt nicht gemacht, weil es eben erstmal eine Versuchsreihe war, ob es überhaupt möglich ist. Und das ist es definitiv. Die Frage ist halt auch, ob man diese ganzen positiven Auswirkungen, die das Ganze hat, auch wirklich richtig, richtig empirisch korrekt erfasst. Also sprich, wie misst man denn den Zufriedenheitsgrad oder dass sich das Potenzial der Menschen besser ausschöpfen lässt, dass die insgesamt langfristig gesehen einfach wahrscheinlich länger leben, entspannter und gesünder, was man natürlich auch erstmal im Laufe der Zeit wahrscheinlich erst messen kann. Aber ich meine, das sind eigentlich die Grundargumente, weshalb die Einführung überhaupt vonstatten geht. Und dann hat man sozusagen ein Problem, diese Beweisführung und sozusagen dann eben auch darzulegen, dass es funktioniert. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein kleines Dilemma, wie gesagt, weil man solche subjektiven Empfindungen dann eher erstmal schwer messen lässt, beziehungsweise, was denn Leute wirklich aus dem Jahr, Zeit, was sie beispielsweise hatten, dann auch gemacht haben. Aber glücklicherweise gibt es ja hoffentlich auch schon eine Menge positive Beispiele von Leuten, die eben dann auch Kohle bekommen haben und die dann was aus sich gemacht haben. Und die überwiegen meines Erachtens gegenüber denjenigen, die einfach nur die Kohle genommen haben und sich dann kompletten Drogensumpf zurückgezogen haben. Oder Erik? Ja, sehe ich genauso. Dazu kommt aber auch noch das Argument, was manche bringen, wenn ich jetzt ein Grundeinkommen habe, dann mache ich ja gar nichts mehr oder dann gibt es welche, die machen nichts mehr. Dann kann man ganz einfach sagen, dass es das auch jetzt schon genauso gibt, wenn nicht sogar noch schlimmer. Die ganzen, die im Moment das ganze Geld gescheffelt haben, was tun die denn noch dafür? Die kriegen ihre Zinsen gutgeschrieben und wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Also es gibt sozusagen jetzt schon die geduldete Faulheit von der großen Mehrheit. Nur wenn es um uns selber geht, dann gönne ich das meinem Nachbarn komischerweise nicht. Das ist echt ein derbes und schlagkräftiges Argument, was man noch weiter ausarbeiten sollte, was speziell wirklich auch auf das Wertesystem abzielt, dem die Leute gerade ausgesetzt sind und ihre unlogische Art zu argumentieren teilweise. Dass es wirklich ums Gönnen geht und dass da auch wirklich der Pöbel dann regelrecht mit solchen Themen abgelenkt ist, kann sich gegenseitig zerfleichen und die übergeordnete Struktur, die wird überhaupt nicht in Frage gestellt dadurch. Da können die Bild-Zeitung wahrscheinlich auch eine Menge wieder mit rumgerührt haben, dass die Leute immer wieder auf den Trip kommen, sich untereinander eben zu zerfleichen. Wie gesagt, da gibt es auch den berühmten Witz mit dem Banker, dem Asylanten und dem Bild-Zeitungsleser und dann liegen irgendwie die zwölf Kekse da irgendwie auf dem Tisch und der Banker nimmt sie irgendwie alle und dann sagt irgendwie zum ganz normalen Bild-Zeitungsleser hier, der Asylant hat deinen Keks weggenommen oder so ähnlich. Also dann wird so richtig der Pöbel wieder beschäftigt und dann an der Karten auch mit so einer Frage, glaube ich. Ich habe zwar das Argument schon gebracht, aber ich möchte es auch hier nochmal bringen. Wir träumen jetzt immer davon, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen so viel kreatives Potenzial frei wird. Allerdings sehe ich es in Deutschland so, dass viele Leute materiell schon so ausgestattet sind, dass das kreative Potenzial auch jetzt frei werden könnte. Und es wird aber nicht frei. Und deswegen, ich bin mir da wirklich nicht im Klaren darüber, wie viele Leute das wirklich betrifft, die sozusagen diese, nehmen wir an, es sind 1000 Euro, 1000 Euro ist so ungefähr die Armutsgrenze. Ja, also wen das da befreit soll, weil es gibt ja auch schon viele, die jetzt befreit sind, aber eben zum Beispiel gerade trotzdem nicht sich für eine ressourcenbasierte Wirtschaft einsetzen. Und ja, also an dem Punkt stoße ich mich halt immer wieder. Eine ressourcenbasierte Wirtschaft basiert darauf, dass du Technik so weit umsetzt, dass du zum Beispiel eine Farm automatisiert betreiben kannst, damit du die Energie drauf verwenden kannst, um die Farm so zu betreiben, dass sie nachhaltig, ökologisch und so weiter ist. Das kannst du nicht, wenn du nicht das Wissen dafür hast. Das Wissen wirst du dadurch kriegen, dass du die Möglichkeit erhältst, dieses Wissen überhaupt zu erlangen. Aktuell haben die Leute nicht die Möglichkeit, das Wissen zu erlangen, geschweige denn, dass in Schulen gebildet wird. In Schulen wird Wissen verbreitet, aber keine Bildung. Da wird kein kreatives Denken gefördert, sondern stures Lernen nach irgendeinem Plan. Vielleicht haben auch Lehrer dann die Möglichkeit, wenn der Schulplan nämlich auch etwas abweicht, weil man kann bestimmte Sachen umsetzen und wenn so etwas wie Grundeinkommen erst mal an den Punkt kommt, dass das in der Schule erklärt wird, dann werden auch die Lehrer in diese Richtung aktiviert, vielleicht die Schüler zum Nachdenken zu anzuregen, zu fragen, was würdest du jetzt machen und die vielleicht anfangen zu denken. Die Frage ist vielleicht und nicht, dass es tatsächlich passiert. Ich habe mitgekriegt, Sandra, dass du reden möchtest. Bitteschön. Also, du mit den Lehrern hast dir ein Zubebeispiel gebracht. Viele Lehrer könnten von jetzt auf gleich von 100% auf 70% zurückgehen, ohne am Hungertuch zu nagen. Sie machen es aber nicht. Und deswegen habe ich einfach keinen Grund zu der Annahme, dass sie es mit dem Grundeinkommen dann machen würden. Ich glaube, sie würden dann lieber Paragliding gehen oder eben ihren Interessen nachgehen oder was auch immer. Oder 30 Euro mehr haben können wir haben. Also, mir ist einfach dieser Schritt, ich kriege jetzt das Grundeinkommen und dann wäre ich kreativ, der ist mir ganz weit weg. Weil natürlich sehe ich Leute, bei denen es so wäre. Ich würde auch jetzt sagen, ja, alle, wie wir hier stehen, würden wir das vielleicht machen. Nichtsdestotrotz, wenn ich schon Andreas und mich angucke, wir hätten auch, anstatt das Geld für ein Haus zu verwenden, das alles in irgendein soziales Projekt stecken können, haben wir aber nicht gemacht. Also, warum sollten wir es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen tun? Es soll natürlich auch niemand gezwungen werden, nur weil er jetzt ein Grundeinkommen hat, kreativ zu sein oder sich sozial zu engagieren oder sonstiges. Gerade das ist es ja. Jeder soll die Möglichkeit haben. Keiner soll gezwungen werden. Und wenn ich eben lieber paragliden gehe, dann gehe ich eben lieber paragliden. Und selbst das ist meines Erachtens noch besser, als wenn ich in der Rüstungsbranche arbeite und Waffen für Serien herstelle. also es gibt so viele Argumente meines Erachtens, die da auf jede mögliche Bewegung, die da sich abspielen könnte, passen würden. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Es gäbe auch jetzt schon für viele Möglichkeiten und können, aber es passiert nicht. So, und das jetzt an dem bedingungslosen Grundeinkommen aufzuhängen und zu sagen, wenn wir das machen, dann passiert's. Den Schritt, den gehe ich halt nicht mit. Es mangelt ja im Moment aber an Möglichkeiten, das überhaupt erstmal machen zu können. Also, wer sollte denn das deiner Meinung nach machen? Du meintest gerade, die Lehrer könnten auf 70 Prozent runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Lehrermangel, den wir momentan haben, die Lehrer einfach sagen können, ich arbeite nur noch 70 Prozent. Weiter kommt ja auch hinzu, dass der Lehrer sich vielleicht auch denkt, ja, ich gehe jetzt vielleicht auf 70 Prozent runter, aber was ist denn, wenn ich meinen Job verliere oder es gibt eine Inflation oder keine Ahnung, dann habe ich keine Sicherheit mehr. Und so denkt er vielleicht, ich habe lieber meine 100 Prozent, arbeite mir ein Sicherheitspolster raus und mache so weiter. Mit dem Grundeinkommen muss ich nicht mehr diesen Sicherheitsgedanken haben, weil ich immer wieder in ein soziales Netz falle. Ja, aber dein soziales Netz, bedingungsloses Grundeinkommen von Armutsgrenze, das bezahlt dir weder dein Haus noch irgendwas, es sei denn, du hast einen Lebensstil, der bei 1000 Euro an der Armutsgrenze endet. Also, soziales Netz, naja, klar, ist attraktiver als Hartz IV. Ne, aber, hm, dein jetziges Leben von den Leuten, von denen wir jetzt sprechen, Lehrer, was auch immer, ja, nee, ist es nicht. Na, da müssen wir vielleicht auch differenzieren, was wir mit sozialem Netz meinen. ein BGE ist natürlich kein Luxusgeld, um mir ein Leben ins Außen Braust zu gönnen. Es geht einfach darum, der Masse der Bevölkerung ein würdevolles Leben zu ermöglichen, was im jetzigen System einfach nicht vorhanden ist. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit derselben Argumentation an diese Sache jetzt rangehen, die wir auch oftmals bei der Vorstellung des Naturgesetz- ressourcenbasierten Wirtschaftsmodells eben hören, dass die Leute dann einfach von ihrer Jetzt-Perspektive ausgehen und sagen, okay, der Mensch ist halt so, der ist halt nun mal gierig und warum sollte eine ressourcenbasierte Wirtschaft funktionieren, da habe ich keinen Bock drauf. Also, dass man eben auch schaut, dass natürlich diese Annahmen aufgrund unseres jetzigen Denkens heraus resultieren und ja, es ist vollkommen richtig sogar, dass innerhalb der jetzigen Prämisse, sofern wir acht Stunden am Tag für irgendeine Scheiße aufbringen müssen, also wirklich, das ist gar nicht mal so wenig, acht Stunden eines Tages, musst du dich einer privaten Diktatur unterwerfen. Das machen zumindest 80 Prozent der Bevölkerung da draußen und das ist ziemlich heftig. Also, ich kann mich nur an die Zeit erinnern persönlich, dass ich vier Jahre Zeit hatte, regelrecht außerhalb der Matrix zu sein, hatte quasi auch meinen Job verloren, war arbeitslos, kann das beschreiben, was der Mario vorhin gesagt hat. Am Anfang ist das alles noch ein bisschen lustig, irgendwann fühlt sie dich überhaupt nicht wohl dabei und ich habe die Zeit damit verbracht, mich nur noch ständig zu bilden und ich wollte irgendwas machen und diese Nummer mit dem Zeitgeist-Movement, die lief da quasi parallel und ich habe mich 24-7 da reingehangen und dieses verrückte Experiment irgendwie versucht aufzustellen, dass es hier irgendwie klappen könnte, der Versuch, eine dezentrale Bewegung irgendwie hochzuziehen, das ist komplett konträr, dass man sich da einbringt, weil, ja, es soll ja eigentlich keine zentrale Nummer sein, aber da bin ich dann so in dieser Sache verfangen gewesen, hatte mich dann so reingesteigert mit allen möglichen Denken in alle möglichen Richtungen, wie kann es funktionieren, wie kann es nicht funktionieren, dass ich dann ehrlich gesagt ein Problem hatte, mich wieder in die Wirtschaft zu integrieren und ich habe es nach wie vor, ich kann mich keinem Angestelltenverhältnis mehr unterwerfen, hatte aber trotzdem den Druck, ehrlich gesagt, dass bei mir irgendwann die Kohle weggerannt ist, Scheiße, was machst du nun, jetzt musst du das tun und wäre ich nicht auf meinen alten Schulpartner gestoßen, der mich halt schon Ewigkeiten kennt und der mich da quasi in den Bereich Online-Marketing gezogen hat, damit ich mich mit meinen kaufmännischen Fähigkeiten dort auch selbstständig machen konnte, mehr oder weniger mit ihm, hätte ich das nicht, hätte ich immer noch ein Problem, hätte wahrscheinlich meine ganze Kohle aufgebraucht, müsste jetzt einen extrem scheiß Job machen und könnte gar nichts mehr für das Movement machen, also ich habe irgendwie eine gewisse Form von Glück gehabt, dass ich mich erstens vier Jahre lang bilden konnte bis zum St. Nimmerleins-Tag in alle möglichen Richtungen und konnte mir über alles in der Welt Gedanken machen und meine Schlussfolgerung treffen, hätte ich diese Zeit nicht gehabt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und das könnte vielleicht ein Beispiel sein, dass es eventuell funktionieren kann, aber wie gesagt, man muss erstmal auch und das wurde auch richtig angemerkt, dass das Bildungssystem nun mal so im Arsch ist, nicht nur in unserem Land, und dass du hier keine kreativen, lösungsorientierten Denker hervorbringst und Leute, die überhaupt für irgendwas brennen können und die die Neugier in erster Linie gar nicht mehr aufbringen und ja, dann ist die Argumentation richtig, solange wir das weitermachen, was wir jetzt gerade haben, solange wir eine Pharmaindustrie haben, die ein großes Interesse hat, dass hier noch mehr vergiftete Menschen rumlaufen, die irgendwann nur noch eine Schüssel weicher Haferflocken im Kopf haben und absolut nicht mehr klar denken können und die fragen wir dann, ach, wie wäre es denn, wenn du jetzt Geld umsonst bekommst, dann gehen bei anderen Leuten natürlich auch die Alarmglocken an, wie kann so ein Hohlbrot jetzt quasi eigentlich jetzt hier für nichts Geld bekommen und warum sollte ich das mitmachen, wo ich mir doch einen Arsch aufreise, also wie gesagt, die Argumentation auf beiden Ecken kann man total verstehen, aber ich würde dem Ganzen trotzdem eine Chance geben, weil ich sehe diese Tendenz, dass wir jetzt schon sehr relativ im Arsch sind, aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben und sollten, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen flächendeckend einführen und es eben bedingungslos ist, dann hofft man und baut man, zumindest ist das meine Hoffnung, auf die jeweiligen 10% der kreativ engagierten Minderheit, eine jegliche Gesellschaft, die dann immer den Wandel bringen und wenn die es wenigstens schaffen, sich nicht ihren Arsch aufreißen zu müssen und irgendwie ihr Potenzial nochmal mehr auszuschöpfen, weil sie einfach jetzt mehr Zeit haben, dann könnte da eventuell kurz oder lang was rumkommen. Siehst du das genauso, Erik? Kann ich nichts weiterhin zufüllen, Zustimmung. Andreas? Na, für die Argumentation, da würde ich sagen, auch, da sollten wir lieber was einführen und das Ehrenamt vergüten. Dann müssen wir das, also wir machen eine Ehrenamtvergütung und wir machen eine Vergütung für die, die jetzt wirklich an der Armutsgrenze sind und den Rest, den können wir uns dann sparen. Die Idee gibt es ja auch, aber da hast du wieder das berühmte Problem, was du jetzt auch schon hast. Du machst ein Kindergeld, du machst Wohngeld, du machst Ehrenamtvergütung, du hast einen riesen Verwaltungsapparat und auf der anderen Seite muss erstmal wieder jeder nachweisen, dass er sich ehrenamtlich engagiert. Jeder muss nachweisen, dass er ein Kind hat. Jeder muss nachweisen, dass er so und so viel Wohnungsgeld braucht. Warum vertraue ich nicht einfach den Leuten und gebe ihnen das, was sie zum Leben brauchen, was ihnen laut Grundgesetz eigentlich auch zusteht? Also wenn ich jedem das geben will, was er zum Leben braucht, dann kann ich aber nicht eine pauschale Summe da ansetzen. Wieso nicht? Weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und dann auch unterschiedliche Summen benötigen. Die Grundbedürfnisse sind meines Erachtens bei allen gleich. Du brauchst Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf und ein Zehner in der Woche, um mal ins Kino zu gehen. Ja, richtig. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also wenn ich zum Beispiel an meine beste Freundin denke, die in ihrem Leben nur glücklich ist mit Marathon laufen, Segeln, Paragliding und dergleichen mehr. Das hat ja nichts mit Grundbedürfnissen zu tun. Grundeinkommen heißt, du darfst nicht in einem Stall leben, ums Überleben kämpfen, sondern du hast eine Wohnung oder wenn du dir ein Haus leisten kannst, möge das auch sein. Du hast Strom, du hast also quasi Wärme und du hast Lebensmittel. Also Paragliding ist kein Ding, was ich zum Überleben brauche oder zum Leben brauche. Das kann ich mir dazu verdienen. Das ist ja, das Grundeinkommen heißt ja nicht, dass du nicht was dazu verdienen kannst. Wer sagt dir das immer? Wichtig ist, dass man hier auch Bedürfnisse und Wünsche trennt unbedingt und Paragliding ist ein reiner Wunsch und kein Bedürfnis. So, aber der Punkt ist ja, wenn es danach geht, dann müssten wir nur die Sanktionen von Hartz IV aufheben, denn Wohnen, Essen, ne, ja, das kriegst du auch mit Hartz IV hin. Du musst halt noch zur Tafel rammeln, aber das könnte man vielleicht auch noch ändern. Es wäre jedenfalls einfacher, das zu ändern, zumindest bin ich der Meinung, als zu versuchen, das BGE-Gesamtpaket mit all diesen Steueränderungen und dergleichen mehr dadurch boxen zu wollen. Das ist ja super, wir nähern uns langsam. Dann kann ich dir nur empfehlen, dir mal das Video anzugucken, was ich vorhin gepostet habe von Ralf Böse, so einen YouTube-Link. Und der geht genau darauf ein, erstmal in 200-Euro-Schritten erstmal mit dem Hartz IV anfangen und dann Kindergeld und so weiter. Und wenn du dem zugehört hast, da kann man einfach nicht mehr widersprechen, weil das ist so logisch, so plausibel aufgebaut. Da kann ich nichts mehr dazu sagen. Ja, aber steht die Bewegung, die du jetzt unterstützt, genau dafür, oder ist Ralf Böse da jetzt halt mal so mit angedacht, aber neben tausend anderen? Na, Ralf Böse hat ein Konzept, genauso wie es ganz viele andere Konzepte geht. Und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben uns auf kein Konzept festgelegt, weil dafür der gesellschaftliche Diskurs noch nicht weit genug ist. Naja, und dann sehe ich eben, sobald das ins politische Schlachtfeld geht, dann werden sich die durchsetzen, die gut reden können und gute Kontakte haben. Dieselbe Argumentation können wir aber auch beim ressourcenversierten Wirtschaftsmodell bringen, dass es auch immer die Gefahr besteht, dass man sozusagen das Konzept nimmt, dann einfach, und dass man es quasi verdreht und dann irgendwie missbraucht. Unser Plan sieht dann auch vor, dass nicht einfach sich dann, weiß ich, eine SPD-Fraktion hinsetzt und sagt, so machen wir das, sondern es soll im Sinne einer Enquete-Kommission Experten-Teams gebildet werden, wo meinetwegen auch der Ralf Böse mit rein kann, wo du mit rein kannst, wo sich jeder, der denkt, der kann das dazu beitragen, sich beteiligen kann. Und dann muss erörtert werden, was ist das Schönste für die Gesamtbevölkerung. Ich halte die Diskussion oder die Existenz der Diskussion übergeordnet für das Allerwichtigste. Die Konfrontation mit der Thematik an sich ist hier sehr wichtig und deswegen ist die Funktion, die der Erik hier hat, sozusagen auch extrem wichtig. Obgleich ich selber ein Fleischesser bin und sozusagen diese ganze vegane Schiene nicht hundertprozentig lebe und auch anfangs mit einer gewissen komischen Argumentationsmethodik seitens vegan lebenden Menschen sozusagen dann eben auch meine Probleme hatte in gewisser Maßen, bin ich über diesen Kontakt und die Kontroverse, die darüber entstanden ist, die ganze Diskussion, das ganze beharrliche, stetige Aufzeigen immer dieser ganzen auch Argumente für einen veganen Lebensziel, bin ich extrem dankbar. Ich will damit sagen, diese Reibereien, dieses sich von allen Seiten etwas mal betrachten und wirklich komplett auseinandernehmen zu versuchen, ohne dass wir uns gegenseitig dissen dabei, das halte ich für die übergeordnete Entwicklung, die hier so wichtig ist. Deswegen, ich wollte auch die Aufnahme eigentlich nicht so lange machen, der Totti hat mich gebeten sozusagen, dass ich das Ganze hier auch irgendwann zu Ende führe. Sandra, wollten wir noch einen wichtigen Punkt von dir mit reinnehmen oder soll ich die Aufnahme irgendwann hier auch wenden? Also es wäre jetzt nur noch anzumerken, man müsste natürlich auch jetzt schon das bedingungslose Grundeinkommen haben, wenn man sich denn mit einbringen sollte in die Diskussion, denn jetzt werden ja nur die sich zeitmäßig dort richtig einbringen können, die entweder dafür bezahlt werden, die irgendwie Lobbyarbeit betreiben, die irgendwie genug schon verdienen, die genug Geld irgendwo auf der Kante haben, aber die, die arbeiten gehen müssen oder irgendwie ihre Existenz absichern müssen, die werden natürlich jetzt bei diesen Dingen wohl weniger gefragt werden oder beziehungsweise weniger Zeit haben, sich dort einzubringen. Das ist auch richtig, aber die Thematik haben wir, glaube ich, bei jeder Möglichkeit der Veränderung, aka auch hier Zeitgeist-Bufend oder ähnliches, dass man eben merkt, okay, die Leute, die wirklich im Hamsterrad gefangen sind, die haben gar keine Zeit für jegliche generelle Alternativen. Also die Argumentation ist da vollkommen richtig, aber sie dient nicht als Grundargumentation, um, also als direkte Gegenargumentation es sein zu lassen besser. Muss ich auch ergänzen, dass die, die sich in der Partei engagieren, die machen das ja auch alle ehrenamtlich. Also es sind auch jetzt Leute dabei, die kein Geld dafür bekommen. Das ist schon klar, aber so war das auch nicht gemeint. Jeder, der sich dort engagiert, ist aber schon jemand, der eine persönliche Nische hat, dass er sozusagen die Zeit, die er für die Partei verwendet, die braucht er nicht, um sein Leben zu sichern. Oder er fährt eben volles Risiko, aber das sind, weiß ich nicht, wie viele Leute das sind. Und so wie wir eben jetzt die Stiftung haben und TZM haben und uns dort einbringen und eben dann nicht mehr über die Zeit verfügen, weil wir noch Existenzsicherung betreiben müssen, also das, da geht es einfach nicht mehr. Und das ist eben das Problem, dass wir uns dort nicht so engagieren können. Wir müssen uns dann auf die verlassen, die vielleicht für uns sprechen können, so wie du vielleicht einer von uns bist. Und deshalb würden wir eben gerne alle unsere Bedenken dir auch mit auf den Weg geben, ohne dass du das jetzt, also du sollst das jetzt nicht negativ auffassen. Das sind Bedenken, die einfach, also wo du einfach vielleicht dich auch mal in die Situation versetzen musst, zu sagen, okay, es gibt bestimmt auch negative Aspekte, die müssten betrachtet werden, die müssen berücksichtigt werden und die müssen diskutiert werden. Und nicht, dass man das von vornherein, diese negativen Sachen als negativ ablegt, also dass man die sozusagen als Weckerei oder was weiß ich, was abtut, sondern einfach nur als gute Hinweise, also als etwas betrachtet, was positiv eigentlich wirken soll. Genau das ist ja das, was letztendlich passieren soll. Also das, was wir hier tun, soll ja auf breiter Fläche passieren, Vor- und Nachteile austauschen und so weiter. Genau dafür treten wir damit an, um das überhaupt erstmal bekannt zu machen, um allen die Möglichkeit zu geben, mitzureden, sofern sie es denn können und wollen. Ich halte sogar den Erik als einen der geeignetsten Kandidaten sozusagen. Ich möchte dem Erik ein Kompliment hier an der Stelle aussprechen, weil ich halte ihn persönlich auch mit als einen der geeignetsten Kandidaten, um genau diese Thematik auch innerhalb des Movements sozusagen bekannter zu machen und schätze ihn auch sehr dafür, weil ich habe den Erik noch nie in irgendeiner lauten, sehr emotional ausrastenden Art und Weise gehört und das schätze ich und deswegen gehe ich davon aus, dass er auch diese Kritik und Hinweise, auf die die Sandra und Andreas hingewiesen haben hier in dem Meeting, dass er die dann auch dort einfließen lässt und wie gesagt, das schätze ich am Erik sehr, diese Selbstreflexion und dass er das wirklich für die Sache tut und wirklich auch bereit ist. Hier geht es nicht um eine Egoscheiße, hier geht es darum, dass man bereit ist, etwas wirklich zu verbessern und wie gesagt, das ist ein gleichzeitig Kompliment an jeden, der sich jetzt hier eingebracht hat, um das Ganze nochmal weiter nach vorne zu bringen und auch von einer anderen kritischen Seite beleuchtet hat, als auch an den Erik, der das ganze Thema überhaupt nach vorne pusht. Vielleicht ist es auch ein schönes Abschlusswort jetzt hier für die Aufnahme. Schönen Gruß noch vielleicht, wenn jemand irgendwas schreien will, ansonsten würde ich jetzt hier den Knopf drücken. BGE! Juhu! BGE! Nicht BGE, sagt Andreas. Das sage ich nicht. Nee, aber lass uns so stehen. Das ist immer schön, wenn man so zwei konträre Parteien hat für so eine Diskussion, da hat man einen Grund, auch zu reden. Cool. Genau, viel Liebe geht raus an jeden, der die Aufnahme hört. Das war die spezielle BGE, BGE-Bedingungsloses Grundeinkommen, Diskussion. Wir haben eine Menge gelernt. Dank an alle, die hier ihren Standpunkt, ihre Perspektive reingebracht haben und mitgeholfen haben, das Ganze von jeder Seite zu beleuchten. In diesem Sinne, Rock'n'Roll und in einem Monat wieder hier beim Chapter-Meeting. Bis dann, ciao! Ciao! Ciao!